Hallihallo meine Lieben, heute machen wir einen Server-Test. Heute ist nfight.net am Start. Ja, wir legen mal direkt los und gucken uns den Spawn an. Äh, gut. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Und zwar haben wir hier den Spielermarkt. Ja. Okay, scheinbar sind hier keine Items da. Hm, ja Leute, ich hab hier eben jemanden entdeckt. Ein guter Freund von uns, äh, ah hier, den lieben AKP. Der ist hier. Ha, der dreht sich also. Ich hab mir auf jeden Fall mal hier den AKP geklaut. Ich hab den jetzt hier, ja, testen wir mal slash help. Casino, slash Casino. Oh, übrigens ist mir aufgefallen, dass ich hier 1000 Bio-Münzen habe. Immerhin Bio.